Wer kennt das nicht? Beim Sortieren der Arzneimittel im Haushalt stellt man fest, dass bei einigen das Verfallsdatum überschritten ist. Doch wohin mit den alten Medikamenten? Beginnen wir mit einem wichtigen, wohin nicht? Egal ob Tabletten, Tropfen oder Salben, Medikamente niemals über die Toilette oder Spüle entsorgen. Schon jetzt lassen sich Arzneimittelrückstände in Gewässern und im Grundwasser in geringen Konzentrationen nachweisen. Das liegt auch daran, dass nach der Einnahme eines Medikaments ein Teil der Wirkstoffe wieder ausgeschieden wird. Kläranlagen sind nicht ausgelegt, diese Stoffe aus dem Abwasser zu entfernen, weshalb sie in geringen Mengen in unsere Gewässer gelangen. Auch wenn die Konzentrationen dieser Arzneimittelrückstände im Bereich von Millionstel bis Milliardstel Gramm pro Liter und damit sehr gering sind, können einige dieser Stoffe negative Auswirkungen auf Wasserlebewesen haben. Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind jedoch nicht zu erwarten. Auch weil unser Trinkwasser, das aus Oberflächengewässern und Grundwasser gewonnen wird, streng kontrolliert und bei Bedarf aufbereitet und unser Abwasser gründlich gereinigt wird. Werden zukünftig immer mehr Stoffe und größere Mengen gefunden, werden intensivere Reinigungsmaßnahmen erforderlich, die teuer sind. Deshalb, um unser Wasser reinzuhalten, Fische und andere Wasserlebewesen zu schützen und für ihren Geldbeutel Medikamente nicht über die Toilette oder Spüle und damit über das Abwasser entsorgen. An den meisten Wohnorten in Deutschland können Arzneimittel in der Restmülltonne entsorgt werden. Oder fragen Sie in Ihrer Apotheke nach. Viele nehmen alte Medikamente zurück. Die Entsorgung über Schadstoffmobile und Recyclinghöfe ist auch eine sichere Alternative. Welche Art der Entsorgung für Ihren Wohnort empfohlen wird, erläutert auch die Webseite www.arzneimittelentsorgung.de Weitere Informationen finden Sie auch auf den Webseiten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. und des Umweltbundesamtes. Wer kennt das nicht? Beim Sortieren der Arzneimittel im Haushalt stellt man fest, dass bei einigen das Verfallsdatum überschritten ist. Doch wohin mit den alten Medikamenten? Beginnen wir mit einem wichtigen Wohin nicht? Egal ob Tabletten, Tropfen oder Salben, Medikamente niemals über die Toilette oder Spüle entsorgen. Schon jetzt lassen sich Arzneimittelrückstände in Gewässern und im Grundwasser in geringen Konzentrationen nachweisen. Das liegt auch daran, dass nach der Einnahme eines Medikaments ein Teil der Wirkstoffe wieder ausgeschieden wird. Kläranlagen sind nicht ausgelegt, diese Stoffe aus dem Abwasser zu entfernen, weshalb sie in geringen Mengen in unsere Gewässer gelangen. Auch wenn die Konzentrationen dieser Arzneimittelrückstände im Bereich von Millionstel bis Milliardstel Gramm pro Liter und damit sehr gering sind, können einige dieser Stoffe negative Auswirkungen auf Wasserlebewesen haben. Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind jedoch nicht zu erwarten. Auch weil unser Trinkwasser, das aus Oberflächengewässern und Grundwasser gewonnen wird, streng kontrolliert und bei Bedarf aufbereitet und unser Abwasser gründlich gereinigt wird. Werden zukünftig immer mehr Stoffe und größere Mengen gefunden, werden intensivere Reinigungsmaßnahmen erforderlich, die teuer sind. Deshalb, um unser Wasser reinzuhalten, Fische und andere Wasserlebewesen zu schützen und für ihren Geldbeutel Medikamente nicht über die Toilette oder Spüle und damit über das Abwasser entsorgen. Wie kann ich Medikamente richtig entsorgen? An den meisten Wohnorten in Deutschland können Arzneimittel in der Restmülltonne entsorgt werden. Oder fragen Sie in Ihrer Apotheke nach. Viele nehmen alte Medikamente zurück. Die Entsorgung über Schadstoffmobile und Recyclinghöfe ist auch eine sichere Alternative. Welche Art der Entsorgung für Ihren Wohnort empfohlen wird, erläutert auch die Webseite www.arzneimittelentsorgung.de. Weitere Informationen finden Sie auch auf den Webseiten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. und des Umweltbundesamtes. Wer kennt das nicht? Beim Sortieren der Arzneimittel im Haushalt stellt man fest, dass bei einigen das Verfallsdatum überschritten ist. Doch wohin mit den alten Medikamenten? Beginnen wir mit einem wichtigen, wohin nicht? Egal ob Tabletten, Tropfen oder Salben, Medikamente niemals über die Toilette oder Spüle entsorgen. Schon jetzt lassen sich Arzneimittelrückstände in Gewässern und im Grundwasser in geringen Konzentrationen nachweisen. Das liegt auch daran, dass nach der Einnahme eines Medikaments ein Teil der Wirkstoffe wieder ausgeschieden wird. Kläranlagen sind nicht ausgelegt, diese Stoffe aus dem Abwasser zu entfernen, weshalb sie in geringen Mengen in unsere Gewässer gelangen. Auch wenn die Konzentrationen dieser Arzneimittelrückstände im Bereich von Millionstel bis Milliardstel Gramm pro Liter und damit sehr gering sind, können einige dieser Stoffe negative Auswirkungen auf Wasserlebewesen haben. Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind jedoch nicht zu erwarten. Auch weil unser Trinkwasser, das aus Oberflächengewässern und Grundwasser gewonnen wird, streng kontrolliert und bei Bedarf aufbereitet und unser Abwasser gründlich gereinigt wird. Werden zukünftig immer mehr Stoffe und größere Mengen gefunden, werden intensivere Reinigungsmaßnahmen erforderlich, die teuer sind. Deshalb, um unser Wasser reinzuhalten, Fische und andere Wasserlebewesen zu schützen und für ihren Geldbeutel Medikamente nicht über die Toilette oder Spüle und damit über das Abwasser entsorgen. An den meisten Wohnorten in Deutschland können Arzneimittel in der Restmülltonne entsorgt werden. Oder fragen Sie in Ihrer Apotheke nach. Viele nehmen alte Medikamente zurück. Die Entsorgung über Schadstoffmobile und Recyclinghöfe ist auch eine sichere Alternative. Welche Art der Entsorgung für Ihren Wohnort empfohlen wird, erläutert auch die Webseite www.arzneimittelentsorgung.de Weitere Informationen finden Sie auch auf den Webseiten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. und des Umweltbundesamtes. www.arzneimittelentsorgung.de